Ich meine, das Stadion von Los Angeles, das ist ja riesig. Vor zwei Wochen warst du zu Hause auf der Couch, hast gepupst, rufst mich an, ich habe nichts zu tun. Und auf einmal spielst du vor 60.000 Leuten, läuft das Kick-Off in einem der größten Stadien in Amerika runter. Wie hat es sich dann gefühlt? Ah, war heftig, man. Jetzt so meine zweite Woche wieder zurück in den NFL spielen. Dann ein bisschen so die Nerven runtergekommen. Aber natürlich, diese Woche ging es halt um alles. Und das gibt halt nochmal so ein bisschen extra Schub. Aber ja, wie du schon sagst, das Stadion ist heftig. Es war mein erstes Mal, dass ich in SoFi gespielt habe. Ich war schon mal dort, aber durfte noch nie spielen. Und die Atmosphäre war unglaublich, ganz ehrlich. Und das Krasse ist, es hat sich fast für uns wie ein Heimspieler gefühlt. Ich schwöre es dir, 49er, Faithful, big Shoutout. Die haben das Ding übernommen. Ich schwöre es euch. Ey, jedes Mal, wenn wir First Down, Touchdown, ey, das Stadion ist explodiert, weißt du? Und man sieht einfach, wie deep diese Fanbase der 49ers ist. Und Atmosphäre war absolut irre. Und dann natürlich mit diesem kranken Comeback, was wir hatten. Und einfach, wie das alles gelaufen ist. Und wie das alles, wie das passiert, das war absolut krass. Ey, ganz ehrlich, Mann, so willst du es auch haben. Weil wir haben die Nacht davor gesagt, ey, it doesn't matter how we win. Wir können alle möglichen Wege das Ding gewinnen. Wir können die outscoren. Wir können eine Defensive Battle haben. Wir können auch Special Teams, wir können Ugly gewinnen, Pretty gewinnen. Es ist egal, wie wir gewinnen. Aber wir haben auf jeden Fall, wir können sie auf allen möglichen Wegen schlagen. Und haben das Ding auch gemacht, Alter. War krass, Mann. Ey, am Ende drehst du durch. Am Ende drehst du durch. Genau, wie du mein papa gesagt bist.